Ja, bei so schöner Musik lasse ich da mal den Radio eingeschautet. Mit dem Risiko, dass wir Deutschland wieder mal den Video sperrt für euch arme Deutschen. Hier habe ich noch einen Streifen Sommergerste. Der bekommt jetzt Modus 0,8 Liter die Hektare. Und habe ich da extra 1 Liter die Hektare. Hier ist der Sommergerste. Das ist der Womensommer. Aber ist da so ein Ministreifen mit Reiden. Der Haver wird dann später mit Etefoam verkürzt. Das ist auch noch zu früh. Der Modus eignet sich nur für diese Sommergerste. Wollen wir dann mal schauen. Jetzt hatte ich da einen Sektor hinter dem Nachthorn nichts abgestellt. Jetzt hat der Sommerhafer auch ein bisschen Modus mitbekommen. Ein paar Meter weit. Ist dann ein guter für gutes Anschauungsteil. Und jetzt wird noch 1,1 Hektare Sommerweizen gespritzt. Diese Sommerweizen musste ich nachsäen. Da war letzten Herbst habe ich da Winterweizen angebaut. Und der ist dann über den Winter schlecht gekommen. Es war zunächst beim Säen. Ich habe den Sommerweizen gesät. Und jetzt Unkrautbekämpfung gemacht. Jetzt bekommt der pro Hektare 2 Deziliter Modus. Und 0,6 Liter CCC. Und dann noch habe ich noch eingefüllt. 1,25 Liter Input umgezogen. Ja, da sind gestern Siloballen gemacht worden. So eine große Außenkampfung macht. So eine große Außenkampfung macht. So eine Karomfrung im V Brasil. So eine Value des Wurzeses war'er. So eineetoasxx 我fanfung ist immer nochIC. So eine große kraur aus. So eine wanna- und unter- und unter- und unter- und unter- und unter- und unterenllaank. So eine große Uhr, dann noch etwas第二. So eineuateissetor nanuf Bud Vinfall, Und hier mein Sommerweizen. Die Lieder, die wir singen, die hören sich für alle. Die sind da nicht an der Seite.